Hallo, ich bin die Joy und ich habe das Ganze komponiert und ich freue mich darüber, dass ich wieder so viele tolle Leute habe, die ich dirigieren darf. Hallo, ich bin der Stefan, ich spiele Bass und es macht mir mit Joy's Topia riesigen Spaß. Ich bin der Miloš und ich spiele Schlagzeug und singe. Ich bin der Qui, ich spiele Klavier und das Ding hier im Fatima M2. Ich bin der Lennis und spiele Vibraphon, Marimbaphon, Mandola und Bandolin. Hallo, ich bin die Marina und ich mache das Licht. Wieso hast du denn das ganze Team gemacht? Hi, ich bin die Tavi, spiele die Maggie, herzlich willkommen im Fatima M2. Ich bin Bradley, ich bin acht Jahre alt und ich spiele im Fatima M2. Hallo, ich bin die Mia, spiele die Ella. Außerdem ist es gar nicht so schwer. Man spielt es doch selber. Hallo, ich bin die Steffi und ich spiele im Fatima M2 die Antonella. Was war ich jetzt schon wieder? Ich bin die Elke, ich spiele die Eleonore im Fatima M2, da ich sie im Fatima M1 auch gespielt habe, aber leider umgekommen bin. Jetzt bin ich ein Geist. Und keiner hört mir zu, es ist einfach nur zum Schreiben. Hallo, ich bin die Pia, bin zum ersten Mal dabei und spiele in diesem Stück einen leicht überforderten Schutzengel. Ich glaube, ich bekomme einen Nervenzusammenbruch. Hey, ich bin der Benni und ich spiele im Fatima M2 den Wally und diverse Minirollen. Ja, ich freue mich, dass die Kasse kommt. Hallo, ich bin der Dennis und ich spiele auch im zweiten Teil von Fatima M2 den Hugo Malefatti. Das ist es doch, das hört sich gut ab. Hi, ich bin Magda, ich spiele hier im Fatima M2 Polly. Ich bin die Hannah und spiele im Fatima M2 die Milli. Hi, ich bin Irina, ich spiele die Lili, die Burlesque Tanzerin und ich spiele auch die Birline. Hallo, ich bin die Moni und im Fatima M2 spiele ich die Cora, eine Sprengstoffextertin und außerdem Akkordeon. Ja, ein ganzer Satz im letzten Krieg ist es offensichtlich nicht. Hallo, ich bin die Phyllis und ich bin wieder da. Wenn das hier vorbei ist, dann drehe ich ihn den Halb.